Da ist eine Party im Wunderhaus. Mal sehen, wie viele Ballons du platzen lassen kannst. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Wie viele schaffst du, bis die Zeit abgelaufen ist? Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Wirklich gut gemacht. Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum gewonnen. Spiele eine andere Aktivität. Baby Junior Favoriten. Jauhau, jetzt geht's los. Finde die versteckten Schätze mit Jake und der Crew. Wische über den Bildschirm, um die im Geheimversteck verborgenen Dinge zu finden. Gut gemacht, Matrose. Matrose, du hast alle verborgenen Schätze gefunden. Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum. Spiele noch einmal. Wische über den Bildschirm, um die im Geheimversteck verborgenen Dinge zu finden. Gut gemacht, Matrose. Du hast alle verborgenen Schätze gefunden. Du hast einen neuen Sticker. Spiele noch einmal. Wische über den Bildschirm, um die im Geheimversteck verborgenen Dinge zu finden. Mach weiter. Achte auf das Funkeln. Gut gemacht, Matrose. Du hast alle verborgenen Schätze gefunden. Du hast einen. Spiele noch einmal. Spiele eine andere Aktivität. Baby Junior Favoriten. Spiele und hab Spaß mit all deinen Disney Junior Freunden. Heute hat Docs sehr viele Patienten behandelt. Hilf ihr dabei, ihre Instrumente aufzuräumen. Ziehe die Instrumente an die richtige Stelle. Perfekt. Sehr gut. Die Praxis sieht jetzt wieder ordentlich aus. Du hast einen neuen Sticker für dein Spiel. Spiele noch einmal. Ziehe die Instrumente an die richtige Stelle. Genau richtig. Genau, das gehört hier hin. Das machst du sehr gut. Sehr gut. Die Praxis sieht jetzt wieder ordentlich aus. Du hast einen neuen Sticker. Spiele noch einmal. Ziehe die Instrumente an die richtige Stelle. Doc ist beeindruckt. Perfekt. Genau richtig. Sehr gut. Die Praxis sieht jetzt wieder ordentlich aus. Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum gewonnen. Spiele noch einmal. Spiele eine andere Aktivität. Disney Junior Favoriten. All deinen Disney Junior Freunden. Wähle eine Aktivität aus, um zu beginnen. Sophia hat viele schöne Kleider. Kannst du ihr bei der Auswahl ihrer Kleidung helfen, um sie anzuprobieren? Sehr gut. Sophia sieht wunderhübsch aus. Du hast einen neuen Stick. Spiele noch einmal. Ziehe die Kleidungsstücke auf Sophia, um sie anzuprobieren. Das sieht wundervoll aus. Das sieht wundervoll aus. Sophia wird begeistert sein. Sophia wird begeistert sein. Very good. Sophia sieht wunderhübsch aus. Du hast einen neuen Sticker. Für dein Sticker spiele noch einmal. Ziehe die Kleidungsstücke auf Sophia, um sie anzuprobieren. Einer Prinzessin würdig. Sehr gut. Sophia sieht wunderhübsch aus. Du hast einen neuen Sticker. Für dein Spiele noch einmal. Spiele eine andere Aktivität. Spiele und hab Spaß mit allen. Da ist eine Party im Wunderhaus. Mal sehen, wie viele Ballons du platzen lassen kannst. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Wie viele schaffst du, bis die Zeit abgelaufen ist? Toll geplatzt! Gut gemacht! Toll geplatzt! Gut gemacht! Toll geplatzt! Gut gemacht! Toll geplatzt! Gut gemacht! Du hast so viele Ballons platzen lassen. Wirklich gut gemacht! Du hast einen neuen Sticker. Für dein Sticker Album gewonnen. Spiele noch einmal. Tippe auf einen Ballon, um ihn platzen zu lassen. Wie viele schaffst du, bis die Zeit abgelaufen ist? Toll geplatzt! Gut gemacht! Gut gemacht! Toll geplatzt! Gut gemacht! Gut gemacht! Toll geplatzt! Gut gemacht! Ups! Das ist kein Ballon! Toll geplatzt! Gut gemacht Ups, das ist kein Ballon Ups, ups, das ist kein Ballon Toll, gibst du so viele Ballons platzen lassen Wirklich gut gemacht Du hast einen neuen Sticker Spiele noch einmal Spiele eine andere Aktivität Disney Junior Favoriten Spiele und hab Spaß mit all deinen Disney Junior Freunden Spiele und hab Spaß mit dem Spiel